Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 18. Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESPHome? Im heutigen Teil möchte ich mir mit euch gemeinsam mal das Thema Schleifen und Intervalle etwas näher betrachten. Heißt, wie sind wir in der Lage in ESPHome einen Code beliebig oft bzw. bis zur Erfüllung einer bestimmten Bedingung immer wieder auszuführen? Oder wie können wir einen Code in einem festen Intervall zum Beispiel alle zehn Sekunden einmal auslösen? Und als kleinen Bonus gibt es abschließend dann noch die Methode WaitUntil. Damit sind wir in der Lage unseren Code zu pausieren und erst dann weiterzumachen, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Diese drei Punkte schauen wir uns in diesem Video einmal Schritt für Schritt an und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du zehn zweilagige Platinen für nur fünf Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitte. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Hier sind wir jetzt bei mir im Home Assistant und legen auch direkt los. Wir wechseln nach ESPHome und machen heute noch mal weiter mit unserem Projekt Script-Test aus den letzten Videos. Die Scripts brauchen wir nicht mehr, insofern räume ich jetzt hier mal ein bisschen auf und übrig bleiben zwei Switches und ein Binary-Sensor. Das speichern wir jetzt mal und wie ihr seht, wir haben jetzt hier keinerlei Aktionen oder Sonstiges mehr, aber ich denke, mit den zwei Schaltern und dem Binary-Sensor haben wir eine gute Grundlage, um das Projekt für heute durchzuführen. Beginnen wir mit dem Thema Schleifen und zwar mit der While-Schleife. Mit der While-Schleife haben wir die Möglichkeit, einen Befehl oder eine Befehlsfolge so lange zu wiederholen, wie eine Bedingung erfüllt ist. Was genau heißt das jetzt im Detail? Das schauen wir uns direkt an und zwar gehen wir dafür mal auf die ESPHome-Seite und suchen hier in der Quick Search mal nach While. Dann sehen wir oben direkt While unter Automations und Templates. Da gehen wir mal hin und scrollen jetzt hier mal etwas runter und dann finden wir hier die While-Action. Und hier sehen wir schon, diese Action ist ähnlich wie die If-Action mit dem Unterschied, dass die While-Action den auszuführenden Block so lange wiederholt, bis die Condition auf False wechselt. Oder anders gesagt, der Then-Block wird so lange wiederholt, wie unsere Bedingung hier oben erfüllt ist. Hier in dem Beispiel sehen wir, dass sich das While innerhalb von so einem Event mit On-Unterstrich befindet, heißt überall, wo wir zum Beispiel Light.Toggle oder Switch.TurnOn oder ähnliches verwenden können. An diesen Stellen können wir auch genauso eine While-Schleife einbauen. Die While-Schleife besteht immer aus einer Bedingung, also Condition, dann der entsprechenden Bedingung und anschließend dann der Then-Block mit den Aktionen, die wir ausführen möchten. Condition und Then, das kennen wir ja schon aus dem letzten Video mit den If-Abfragen. Und insofern würde ich sagen, wir kopieren uns jetzt einfach mal dieses Beispiel, wechseln wieder zurück nach ESPHome. Und hier erzeugen wir jetzt ein Event und zwar On-Click. Wir erinnern uns, mit On-Click sorge ich dafür, dass in dem Moment, wo ich meinen Taster drücke, also der Binary-Sensor auf True wechselt oder auf On wechselt, dann wird dieses On-Click ausgelöst. Hier fügen wir jetzt unseren While-Block ein, korrigieren noch die Einrückung. Und jetzt müssen wir nur noch die Bedingung und den auszuführenden Teil an unsere Geräte-IDs hier oben anpassen. Sagen wir mal, wir möchten, dass die While-Schleife so lange ausgeführt wird, wie unser Testsensor eingeschaltet ist. Oder nochmal anders formuliert, in dem Moment, wo ich den Taster drücke, möchte ich so lange den Demo-Schalter immer ein- und ausschalten, also toggeln, solange wie der Testsensor eingeschaltet ist. Das heißt, als Bedingung müssen wir jetzt unseren Testsensor abfragen. Also kopiere ich schon mal die ID nach hier unten in die Condition und bei unserem Testsensor handelt es sich nicht um einen Binary-Sensor, sondern um einen Switch. Also lautet unsere Bedingung auch switch.ison.testsensor. So prüfen wir, ob unser Testsensor eingeschaltet ist und wenn ja, ist die Bedingung erfüllt und dann wird der Then-Block ausgeführt. In dem Then-Block finden wir einmal einen Logger.log stillexecuting, heißt er gibt einfach den Text stillexecuting im Log aus und dann sagt er hier light.toggle.sumlight. Wir haben keine Light-Komponente, sondern hier unseren Demo-Schalter. Der ist auch wieder ein Switch. Also sagen wir hier unten switch.toggle und zwar unseren Demo-Schalter. So und damit sind wir auch schon fertig und wenn wir das jetzt installieren, dann sollte bei Tastendruck so lange unser Demo-Schalter ein- und ausgeschaltet werden im 5-Sekundentakt, wie unser Testsensor eingeschaltet ist. Heißt, ist der Sensor eingeschaltet, sollte der Demo-Schalter blinken. Ist der Testsensor ausgeschaltet, dürfte gar nichts passieren. Schauen wir uns das mal an. Ich klicke mal auf Install. Die Installation ist abgeschlossen, also schauen wir mal direkt in die Übersicht. Wir gehen hier auf den Reiter Test und hier sehen wir jetzt erstmal wieder unsere drei Komponenten. Wenn ich jetzt hier meinen Taster drücke, dann seht ihr, passiert erstmal gar nichts. Aktiviere ich jetzt aber hier unseren Schalter Test-Sensor und drücke dann nochmal meinen Taster, dann seht ihr, wechselt der Demo-Schalter im 5-Sekunden-Takt seinen Zustand. Denn in der Wildschleife haben wir Switch.toggle für den Demo-Schalter ausgelöst, also wird dieser jetzt auch im 5-Sekunden-Takt getoggelt. Und zwar so lange, bis ich hier den Testsensor wieder ausschalte und ab jetzt bleibt der Demo-Schalter wieder in dem Zustand, in dem er sich gerade befindet. Denn das Ausschalten hat dafür gesorgt, dass unsere Wildschleife abgebrochen wurde. Wenn wir den Testsensor jetzt nochmal einschalten und ich nochmal den Taster drücke, dann wechselt der Demo-Schalter natürlich wieder im 5-Sekunden-Takt seinen Zustand. Wenn ich ihn jetzt nochmal drücke, dann seht ihr, wechselt der Demo-Schalter nicht mehr gleichmäßig im 5-Sekunden-Takt, sondern hier und da mal etwas schneller. Und wenn ich jetzt noch ein paar Mal drücke, dann seht ihr auch, wechselt er noch häufiger seinen Zustand. Und das liegt jetzt einfach daran, dass jetzt gerade mehrere Wildschleifen parallel laufen. Denn die Wildschleife vom ersten Tastendruck wurde ja noch nicht beendet und wir haben schon einen zweiten Tastendruck ausgelöst. Das heißt, solange die Wildschleife hier nicht beendet wird, läuft sie natürlich im Hintergrund weiter. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man seine Schleifen baut. Meine Empfehlung wäre, benutzt an der Stelle ein Script, in dem ihr die Wildschleife verwendet. Wenn ihr nicht wollt, dass diese parallel ausgeführt werden, habt ihr ja mit dem Script-Mode die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass dieses Script eben nur einmal laufen darf. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was ich damit meine, ich verlinke oben in der Infobox mal das Video zum Thema Scripts. Da erkläre ich die Script-Modes auch nochmal im Detail. Wenn wir jetzt den Testsensor wieder ausschalten, ist die Bedingung von allen im Hintergrund laufenden Wildschleifen nicht mehr erfüllt. Heißt, alle Wildschleifen werden jetzt abgebrochen und somit sind wir jetzt wieder im Ausgangszustand. Kommen wir nun zur Intervall-Komponente. Mit dieser haben wir die Möglichkeit, bestimmte Aktionen in einem festen Intervall auszuführen. Zum Beispiel jede Minute, alle 10 Minuten, jede Stunde. Und wie das geht, schauen wir uns auch direkt mal an. Gehen wir wieder in die Dokumentation in den Bereich Automations und Templates, scrollen jetzt hier mal ein bisschen runter und dann finden wir hier gegen Ende der Seite die Intervall-Komponente. Wir sehen, auch diese ist ähnlich aufgebaut wie das If-Statement, nur anstatt einer Bedingung müssen wir hier jetzt ein Intervall angeben und unter Then tragen wir wie gewohnt die Aktionen ein, die ausgeführt werden sollen. Hier oben können wir auch noch mal lesen, was sich vielleicht der ein oder andere, der die ganze Serie hier verfolgt hat, jetzt gerade auch schon gedacht hat. Ja, man kann so ein Intervall auch mit Time on Time Trigger realisieren, aber diese Technik ist etwas leichtgewichtiger und benutzerfreundlicher. Daher wollte ich sie an dieser Stelle auch noch erwähnen. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Ich kopiere mir jetzt einfach mal hier dieses Beispiel. Wir wechseln wieder nach ESPHome, gehen in unser Projekt- Test und hier hängen wir jetzt am Ende einfach mal unser Intervall ein. Ein Relay-1 haben wir nicht, dafür aber unseren Demo-Schalter. Dieser ist ein Switch, also Switch.toggle passt. Die ID Demo-Schalter dahinter und eigentlich sind wir jetzt schon fertig. Damit wir jetzt aber nicht eine Minute warten müssen, sage ich jetzt hier einfach mal 10 Sekunden. Wir speichern das Ganze und sagen installieren. Der Upload ist abgeschlossen, also wechseln wir wieder in die Übersicht auf unseren Reiter Test und da sehen wir schon, der Demo-Schalter schaltet sich von alleine ein und in 10 Sekunden schaltet er sich auch direkt wieder aus. Und so geht das Ganze jetzt im 10-Sekunden-Takt immer hin und her. Ja, so haben wir mit ganz einfachen Mitteln also auch eine Möglichkeit, beliebige Aktionen in einem vorgegebenen Intervall immer wieder auszuführen. Kommen wir jetzt als letztes noch zu der Methode WaitUntil. Und damit sind wir in der Lage, das Programm zu pausieren und auf ein bestimmtes Ereignis zu warten. Dafür gehe ich noch mal wieder in der Dokumentation ein Stückchen nach oben und hier haben wir die Aktion WaitUntil. Und diese Aktion benötigt halt auch nichts anderes als eine Bedingung, die dann erfüllt sein muss, damit das Programm wieder weiterläuft. Und das schauen wir uns jetzt auch noch eben an. Ich kopiere jetzt mal nur den WaitUntil-Block, wechsel wieder nach ESPHome, gehe wieder in unser Projekt. Das Intervall schmeiße ich mal wieder raus. Ebenso entfernen wir jetzt hier im OnClick mal wieder die While-Action und fügen stattdessen WaitUntil ein. Wir korrigieren noch die Einrückung und jetzt müssen wir nur noch unsere Bedingung anpassen. Sagen wir mal, in dem Moment, wo ich meinen Taster drücke, möchte ich als erstes den Schalter Demo-Schalter einmal schalten. Heißt, wir sagen hier einmal Switch.Toggle, Doppelpunkt, Demo-Schalter. Jetzt benötigen wir unsere Bedingung und wir sagen, wir möchten jetzt so lange warten, bis unser Testsensor eingeschaltet wird. Unser Testsensor ist kein Binary-Sensor, sondern ein Switch. Also machen hier Switch.isOn. Und wenn das erfüllt ist, wenn unser Testsensor eingeschaltet ist, dann möchten wir den Demo-Schalter nochmal toggeln. Das heißt, wir drücken den Taster. Dadurch ändert der Demo-Schalter seinen Zustand. Dann wird auf den Testsensor gewartet und wenn dieser Testsensor hier eingeschaltet wird, wird der Demo-Schalter erneut geschaltet. Das installieren wir nochmal. Der Upload ist abgeschlossen, also wechseln wir wieder in die Übersicht. Auf den Reiter Test und wenn ich jetzt meinen Taster drücke, dann seht ihr, schaltet der Demo-Schalter ein. Und jetzt wartet das Programm so lange, bis ich den Testsensor hier einschalte. Und das schaltet den Demo-Schalter aus. Wenn ich jetzt den Taster nochmal drücke, dann seht ihr, der Demo-Schalter geht ganz kurz ein, aber auch sofort wieder aus, denn die Bedingung zum Warten ist ja sofort erfüllt in dem Moment, wo er bei Wait Until ankommt, denn der Testsensor ist ja auf On. Also wird der Demo-Schalter auch direkt wieder ausgeschaltet. Schalten wir ihn wieder aus, dann wird bei Tastendruck der Demo-Schalter eingeschaltet und wieder so lange gewartet, bis wir den Testsensor wieder einschalten. Ja, soviel erstmal zum Thema Schleifen und Intervalle in ESP Home. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir natürlich wie immer gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D Druck und natürlich auch ESP Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Wird mich freuen, den ein oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch, abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich morgen zum nächsten Video wiedersehen würden, denn da schauen wir uns einmal an, wie wir in der Lage sind, Werte aus Home Assistant in unser ESP Home reinzuladen und darauf dann entsprechend zu reagieren. Ich verabschiede mich bis dahin und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!